Im sachsen pokalfinale spielt der chemnitzer fc gegen fsv zwickau Zwickau ist der siebte der dritten liga Chemnitz ist der neuling der dritten liga die sind nämlich aufgestiegen und was kommt besser als neuling Erstmal im pokal Im team schlagen was auf platz sieben ist. Das kommt gut. Das zeigt den anderen ey wir können auch fußball spielen und das finde ich schön Dann mag ich Chemnitz mehr als zwickau Ich habe auch mal eine chemnitz karriere gemacht deswegen Die stadt chemnitz ist auch schön obwohl sie relativ rechts ist Es nummer so ja Zwickau hat mit final die waren jetzt mehrfachen finale hintereinander Ich hätte dann Ich weiß nicht ob hinterher waren sie mehrfach im finale und haben immer verloren Was so langsam zum flug wird aber Chemnitz Willkommen im dfb pokal